ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde league of legends ich bin daran und in dem heutigen rank nein nicht record game normal game versuche ich mich mal mit leona als support ja bei der mastery habe ich mich ein wenig vertan habe ich stärke der ewigkeit mit genommen ist natürlich semi toll was ist hier los okay unser jungler noch afka okay ich skiller als erstes die q dann auch die e und gemacht wird die w okay erst mal durchgelesen die ganzen fähigkeiten so habe ich mir noch drei heiltränke mitgenommen und ich starte mit dem relikt schild was haben als gegner ein nautilus und quinn ich spiele zusammen mit lucien so ein bisschen drauf moschern ja jetzt habe ich noch gefängt okay und hoffen dass der lucien vernünftig farmt so dass ich jetzt aber alles ganz gut aus so dass ich jetzt aber alles ganz gut aus okay Jetzt machen wir die Ehe. Oh! Beide gefehlt. Okay, Aurelio ist da. Aurelion natürlich. Mal sehen, ob ich da rankomme. Ah, meine Ignite leider aus. Ich dachte, er kriegt noch irgendwann ein bisschen Schaden drauf. Na, egal. Ja, so holt sich das Blatt. Okay. Dammit. Sehr risky. Eher. Ah! Jawoll! Hat er! So, jetzt erstmal wieder weg! Hey, 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 ich als Support! Das ist ja was! Dann auch noch mit einem Champion, den ich bisher einmal gespielt habe! Aber ich denke, dafür stelle ich mich nicht so schlecht an! Ja gut, erweitern wir das erstmal! Und wieder runter! So, als nächstes werde ich dann wirklich in sehenden Steinen ausbauen! Ja, eigentlich denke ich, sind die vorgeschlagenen Items nicht schlecht! Ja! Dann ist hier was zu sehen hier! Okay! Ja! Von der Warden gehen! Funktioniert ja bis jetzt alles ganz gut! Na gut, außer auf der Toplanes! Ja, hat's gereicht! Ja! Ach, komm! Ja! Ja! Ja, hat's gereicht! Schade! Ja, ja! Ah! Okay! Schade! Ja! Nicht das Luft! Soh... Ich fahre kein Mana mehr! Ich fahre! ho 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 haben wir doch noch schön hingekriegt und ab auf die lenken aber uns lucien 61 quinn 44 form lucien 3 0 dazu doch schon mal sehr gut aus den großen kriegen wir nicht mehr oder ok Okay, aber vielleicht hat er wieder raus Ah, Göttchen Das war aber nichts von der Range, ja Schade So kann er nicht weg Will er vielleicht doch gar nicht Oh 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 Okay War jetzt nicht so schön, das Ranziehen noch Natürlich ist sie wie die ganze Zeit top Ja, so darf man nicht dick werden lassen Oh, bin gleich da Jetzt erstmal schön boarden, ja Groß nehme ich natürlich auch Und jetzt wollen wir hier unten mal den Dammel sehen Geh ich hier nochmal schnell worden Schade nehmen wir auch noch Oh was los, haben sie keine Lust mehr, doch da sind sie Okay, dann nochmal Schade Schade Juhu, das war die Rache Revenge Konnte ich leider nichts mehr machen So, mal sehen Welche Boots nehmen wir mit Die Gegner haben Na, au Lass mal zurückgeben hier So Was hat Falsche geholt So, und wieder ab auf die Länge Hätte ich mir fast nochmal den normalen Wardstone geholt So Oh So so okay die haben den rake gehe ich noch mal ein bisschen weiter oben worden so und das in der lucian sich killen lassen das ist natürlich nicht so schön und ich hoffe da kommt gleich mal wieder okay so da ist er ok ich bin jetzt auf der top lane jawohl da haben wir sie doch beide und kriegt er die wenigstens noch nein dammit also bis jetzt habe ich gemerkt das einzig doofe ist wenn man mit leona wirklich kein mana mehr hat das ist ziemlich für ein popo na komm ich nehme die merkur schuhe mit ein bisschen magiere sie und weiter auf die eisgeborenen handschuhe ach und danach mal das ward item austauschen war das ja war der erste tor den wir gekriegt haben ist natürlich gut die beiden kills für quinn waren natürlich eben nicht schön ich darf nicht fallen so lucian wieder da komm mal so äh lol so war ja alles toll bis auf mein fail flash äh so jetzt aber raus hier leute arme jasu 3-8 jungen jungen der wird da oben aber auch niedergemacht ja ich denke ich kann bis jetzt ganz zufrieden sein äh zufrieden sein zufrieden 2 kills 2 tode 9 assists 5 supporter denke ich einwandfrei 2 zufrieden sein jawohl zet regelt jetzt wie steht er denn mittlerweile 5-0 nice kommt er auch weg ok ok top lane sind sie ich werde euch ich werde euch ah verdammt da komme ich glaube ich nicht mehr hin ich werde euch Sooo Kriegt der Zapp natürlich wieder Jawoll Sagt auch alles sehr gut aus Oh Oh Hm Hm Okay Das war jetzt nicht so schön Obwohl ich doch noch relativ lange durchgehalten habe Jetzt sollten sie sich wirklich fix den Drake holen Was wäre es genug Folos Riechen oder was So Da haben wir den Drake Und jetzt geh ich mal wieder ein bisschen meinen ADC supporten Oh 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 Halloy. So, hätte der Luschchen aber nicht mehr sterben müssen. Aber da war er zu Killguy. Ja, weil das reicht für die eisgebrochenen Handschuhe. Jetzt versuchen wir dann mehr so noch mal ein bisschen zu helfen hier. Oh. Geht scharf. So, get off. Das war mal. Okay. 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 Ich denke, das läuft doch alles ganz gut. Ja, da hab ich ordentlich Besuch. Nichts geworden hier. Okay. Da war der Cho'Gard wieder. Wollte gerade sagen, dafür will ich meine Gneit jetzt aber nicht raushauen. Hätte ich mir ja auch noch holen können mit Flash Ignite. Das erste Licht der Nacht. Ich darf nicht sagen. Ja. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Joaah Jetzt erstmal wieder Base War doch ein schöner Kill Für mich noch So Und ab zum Team War doch Wo営 Nur O A Die Ich 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 Ja Ich So Aber den nächsten Drake 1.000 brauche ich genau So, da oben geht schon wieder scharf Alex 17 Assists Irgendwer muss auf die Buttline rüber.. genau Oh Ah, schade Gucken ob sie noch mehr geworden haben Nö, sieht alles ganz gut aus Gucken? Nee, aah, dammit Den Power haben wir Ja, ja Leona die Killer Queen Uiuiui, da flamen sie sich alle gegenseitig So Na klar, jetzt nehmen wir noch das Frozen Heart Kann ja nichts mehr schief gehen Obwohl ich glaube ich einen riesen Fehler gemacht hab Denn Amulett der Solari Der eisernen Solari nimmt glaube ich jeder mit Aber egal, hat ja auch so vom Zunuckelt Von daher alles cool Was ist das? 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 Hmhmhmhm Kann ich immer zwischen zweitmal eine Runde junglen? Schade, dass mein Team so überhaupt keiner anstelten macht, mal den Baron anzugehen oder so. Ja, so wird das sehr, sehr gefährlich. Okay. Jawoll, ja! Habe ich mir erst mal Quinn geholt. Ja, so wird das sehr, sehr gefährlich. Ja, ich denke, da kann man OP sagen. Oh, ich hoffe, hier kommt gleich mal wer. Oh, oh, oh. Ja, sieht gut aus. Jawoll. Wir können benden. Nein, die Gegner geben auf. Und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ramm. So, und das muss ich natürlich jetzt auch nochmal zeigen. Mit Leona. Zweites Spiel, glaube ich. Ein S. Na gut, Schaden. Aber ich denke, das lässt sich sehen. Also, bis denne. Ja. 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 Ja.